Hallöchen und hallo zurück zu Starbound, unserem LPT mit, also ich, Fräulein von Marzipan und der Werteherr Glubsch, beziehungsweise der K-Funk, der schon wieder hier die Türen auf und zu macht, auf meinem Schiff. Das war eine Schlange. Das war eine Schlange? Der Günther? Der Günther. Der Günther. Ich hab's genau gesehen. Der Günther. Ich hab übrigens gestern nochmal drüber nachgedacht. Was hatte ich denn noch? Ich hatte noch einen coolen Namen für die Schlange. Herbert. Nee, nicht Herbert. Irgendwas, irgendwas, du kommst hier hin und schläfst. Guck mal. Unhöflich. Ja, ich bin Mühle. Aber ich müsste mich auch mal heilen. Ich glaube, ich müsste den auch gleich mal ein bisschen, die Jackie müsste auch mal ein bisschen pennen. Genau, lass mich auch mal pennen. Hab's vorgelegen. Ah, schön warm. Schön warm sein. Was wollte ich denn sagen? Achso, der Name. Was hatte ich denn? Günther? Rudolf oder so. Rudi. Rudi? Ja, irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht. Aber denk dran, es gibt nur einen Rudi Völler, ne? Ja, ja, ich weiß. Hast ja recht. Stimmt. Ja, dann ist Günther schon ganz gut. Günther schläft. Oh, ich muss essen. Uiuiuiuiui. Ey, das geht voll schnell runter. Das geht echt schnell runter. Aber gut, wenn man jetzt auf dem Planeten ist, ist ja relativ, ja, ist ja auch relativ schnell Tag und Nacht. Das heißt, der Tag geht ja auch schnell rum. Und verständlicherweise hat man mindestens einmal am Tag Hunger. Normalerweise ja. Normalerweise schon. Also ich hab eigentlich mehrmals am Tag Hunger. Ich hab immer Hunger. Ich könnte den ganzen Tag essen. Vor allem Chips. Ich liebe Chips. Ich liebe Chips. Chips, 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 Chips. Ich hab hier, wo ist es denn? Ich hab gestern, ich hab gestern nochmal kurz reingeguckt und ich habe hier irgendwo voll die coole Waffe. Ich rüst die mal aus. Ich zeig dir das mal. Guck mal. Was? Guck dir das an! Bam! Oh. Oh, da muss ich aber voll ausholen. Oh, die hat... Oh. Oh, nee, das ist mir zu... Nee, das ist mir zu unsicher. Da nehme ich, glaube ich, die andere wieder. Bleib mich. Wir haben hier... Friendly Fire ist ja nicht an. Ich glaube, das kann man einstellen. Tatsächlich. Nee, ist nicht an. Ich glaube, das kann man einstellen. Hast du gerade mal ausprobiert? Ich hab das nicht gesehen. Ich hab gerade das Menü. Nein, hast du nicht ausprobiert? Nein, 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 nein. So. Für die Zuschauer, was ich eben nämlich zum K-Funk nochmal gesagt hab. Ich hatte ja misslicherweise gesagt, dass er eine Dame spielt. Das stimmt aber überhaupt nicht. Ich hab nochmal nachgeguckt. Dieses Oberteil ist nur von einer Dame. Wir haben ja den Mod, wo alle alles tragen können. Also auch Männlein und Weiblein die Klamotten tauschen können. So wie sich das auch gehört, ne? Freiheit für die Klamotten und so. Freiheit für alle. Genau. Und das ist halt ein... Das sieht nur so aus. Also hat keine Möpse. Hab halt eine breite Brust. Genau. Ist ein Kerl mit einer breiten Brust. Zu viel gepumpt. Ja. Und diese Maske, die ich aufhabe, da kriegst du zwar Geld für, aber die schützt mich nicht. Die ziehe ich jetzt wieder ab, die finde ich doof. Okay. So. Und dann muss ich auch noch von letztes Mal, muss ich noch den ganzen... Ich hab so viel Kram hier drin, den muss ich mal wegmachen. Ja. Dann... Was kann man eigentlich mit diesem... Ich hab so ein komisches Module oder sowas. Ja, ich hab auch so Module. Ich glaub, da kann man das, ähm, den, ähm, den Materie-Manipulator mit upgraden. Wir können das ja mal ausprobieren. Ah, ich bin ja. Ich wollte dich so da so mal fragen, ob wir ein bisschen auf unserem Schiff ein bisschen einrichten wollen, mal gucken wollen, was hier so geht. Ja. Bevor wir direkt wieder auf Erkundungstour gehen. Ach, guck mal, ich hab hier noch einen anderen. Wie viel Waffen hab ich denn hier drin? Ist ja komisch. Was ist das? Oh. Oh. Das ist so wie bei Shang-Li. Nur halt mit... Nur nicht mit dem Bein. Die kann das ja mit dem Bein. Hat mich irgendwie grad daran erinnert. Ne, wenn du drauf hältst, dann... Ich hab auch so Module. Ich probier das mal eben aus. Mach mal. Wir müssen dann eh zu mir aufs Schiff, oder? Und dann runter auf den Planet. Ja, genau. Ja, du kannst ja, wenn du willst, eben mal zu dir rüber gehen. Und das auch mal ausprobieren. Tschüss. Ciao. Ciao. So. So, Materie-Manipulator-Verbesserungen. Manipuliere, was nötig ist an deinem Materie-Manipulator. Ich bin jetzt in dem Menü drin. Da so rechts, ne? Wo man das aufmachen kann. Ja. Also Optik kann man verändern. Energie, Erzeuger, äh, Materieeinheit und Erweiterung. So. Aber ich wüsste jetzt nicht. Wir haben zwar jetzt diese Dinger. Ich weiß aber nicht, wie man die da reinkriegt. Oder muss ich die in meinem Inventar einfach drin haben? Was meinst du? Ich probiere es auch gerade. Zwei Module. Ich kann nicht auf Upgraden klicken, obwohl ich genug habe. Zwei von acht. Zwei von zwölf. Zwei von drei. Zwei von sechs steht bei mir. Okay. Wenn ich auf zum Beispiel den Regel-Tropfe da gehe. Ja, ach. Ach, man muss da draufklicken. Jetzt raffe ich das erst. Ja. Erweiterung. Boah, da brauchen wir ja voll viele. Oh. Ja, das stimmt. Was ist das? Tech-Karte. Eine leere Tech-Karte. Was ist das? Erhöht die Materie-Zerlegungsgeschwindigkeit um 100%. Aha. Das ist gut, glaube ich. Dann geht das schneller. Dann baut er schneller ab. Erhöht die Manipulationsfläche auf dreimal drei Kacheln. Okay. Aktiviert das Sammeln von Flüssigkeiten mittels der Abbau-Funktion. Ach, cool. Dann kann man Wasser mitnehmen. Das ist ja cool. Okay, was? Wasser? Ja, also Flüssigkeiten halt, ne? Dann denke ich mal, dann kannst du Wasser halt, also abbauen. Okay, krass. Das ist cool. Erhöht die Manipulator-Reichweite um zwei Kacheln. Achso, das hatte ich schon. Was machen wir denn da? Ich nehme, glaube ich, das mal mit dem Wasser. Achso, ich kann auch nur. Ich kann, die anderen sind alle zu teuer. Ah, nee. Fuck. Doch. Ah, ich brauche Kohle. Äh, äh, zu, 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 habe ich zu wenig Module, so. Also ich habe sieben Kernfragmente. Und 20 braucht ja jeder, oder? Ja, ich glaube fürs Schiff, ne? Ja. Aktiviert die Möglichkeit, Blöcke anders farbig zu streichen. Äh, äh, das geht auch. Das ist ja abgefahren. Ja, brauche ich auch. Ich muss auch hier hübsch machen. Ich schärf. Was ist das? Ich habe eine Tech-Karte. Ja, ich auch. Eine leere Tech-Karte. Wenn ich genügend davon habe, kann ich verbesserte Techs entwickeln. Es ist ja auch, man braucht auch irgendwelche, ich habe mal nachgeguckt, ich glaube auch eine Tech-Karte, äh, um das Schiff dann zu verbessern. Das ist ja jetzt aktuell auch kaputt. Ja, genau. Ähm, braucht man irgendwie auch allen möglichen, allen möglichen Kram. Ach, hier, guck mal, ein Upgrade-Modul habe ich. Mit dem kann man das Schiff verbessern. Echt? Hast du sowas? Ja, eins. Ui. Ja, cool. Well. Check das doch sonst mal. Was ist das? Erde, ne? Ja. Erde. Ganz viel Erde habe ich. Letter. So, aber wir brauchen jetzt irgendwas, wo wir dann unten, äh, Essen machen können, ne? Ja, also Essen bräuchten wir, glaube ich, echt langsam, ne? Weißt du, Gärtner? Gärtner-Werkbank? Ja, ja. Hatten wir das letzte Mal besprochen. Also ich meine, da hatte ich das irgendwo gelesen. Man kann mir, man kann die ja machen, ne? Aus diesem Ding. Was braucht man denn dafür? Ach, Holz und Dingens. Ja, gut, das habe ich. Ich mache schon eine. Ich mache jetzt auch eine. Okay. So. Ein Ambus ist ja wahrscheinlich für Waffen oder so. Ja, bestimmt. Oder Rüstung. Ja. So. Ich bin gerade auch einer am Machen. Eine Gärtner-Werkbank. Bank. Verwenden, um Sachen fürs Jagen, Schürfen und den Ackerbau herzustellen. Ach, krass. Man muss dann richtig anpflanzen, ne? Aber gut. Ja. Mein Gott. Nehmen wir die ganzen Samen mal mit, was ich noch hier drin habe. Da ist ja, die Gärtner-Werkbank. Ich habe kaum noch Platz hier. Ist doch doof. Muss mal eben gucken. Ich habe noch viel Platz. Oh, ich habe Gold. Echt? Ja. Golderz. Wie? Wer weiß, ob das, was das jetzt, was das bringt. Nichts wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ähm. Näm, näm, näm. Und Kupfer. Eisen. Ah, Eisen, das brauchen wir. Eisenerz habe ich auch, glaube ich. Ja. Silber. Keine Ahnung. Ich nehme das mal mit. Ich baue mal eben. Ach, weißt du, wie man, wenn man die Klötze hinbaut, ne? Ja. Also, wenn man so Klötze hinbaut. Man kann das irgendwie teilen. Also, dass man nicht, nicht so einen Riesenklotz baut. Aber ich weiß nicht, wie. Also, man hat ja immer diese Quadrate. Wenn man jetzt, wenn ich jetzt Holz zum Beispiel nehme, so. Ah, mit, ähm, Shift gedrückt lassen. Dann machst du einen kleineren. Mit Shift gedrückt. Ah, perfekt. Dankeschön. So. Weil. Ich habe da. Oh, ups, jetzt habe ich es falsch gemacht. Scheiße. Man kann. In dem Schilf. Etagen bauen. Was? Ja. Okay. Ich versuche das mal eben. Da kannst du ja mal rüberkommen und dir das angucken. Das ist voll das entspannte Spiel, finde ich. Ich finde das total angenehm. Moin. Moin. So. Pass auf. Jetzt baue ich. Jetzt läuft der da schon rum. Weiter, 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 weiter. Das reicht ja schon. So, und jetzt brauche ich da eine Treppe hoch und dann mache ich ein Zelt nach da oben, beziehungsweise einen Schlafsack. Dann habe ich hier unten mehr Platz. Verstehst du? Ja. Ja, ja, ja. Cool, ne? So, jetzt muss ich nur gucken. Treppen. Geh doch mal rüber jetzt da. Jetzt geht sie nicht. Was ist denn los? Ach so. Ich habe irgendwie falsch angeklickt. So, tun wir mal die Treppen da rein und dann mache ich mal da eine Treppe hin. So, wie geht das? Wie geht denn das? Ach, das ist so eine Treppe? Das sind so... Ah. Oder was? Hä? Ja, so eine Leiter. Ja, irgendwie. Kommt man da gut hoch? Probier nochmal. Ach, ach, okay. Ah, ich muss essen. Ätzend, ne? Ja, wir müssen gleich echt runter. Futter holen, irgendwie. Es geht irgendwie anders. Ich möchte eine andere Treppe. Probier es mal eben noch raus, dann können wir... Ah, ziehen. Guck mal. Ah. Jetzt verstehe ich. Okay. So, jetzt ist das Zelt im Weg. Das muss ich jetzt erstmal abbauen. Ich muss noch was futtern. Ich muss noch was futtern. Futter was. Nice. Hast du was? Ja, weiß. Okay. Samen. Weizen. Jetzt passt er trotzdem nicht hierhin. Aber da passt er hin. Okay. Ich hab rohen Fisch. Ja, den kann man, glaube ich, gar an einem Lagerfeuer dann. Glaublich. So, und dann tue ich nämlich hier oben drauf einen Schlafsack. Ja. Guck mal. Ist doch hübsch. Ja, hübsch. Geht gut, ne? Oh. Ja gut, das mit der Treppe, die sitzt noch nicht gut. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja erstmal... Sieht hübsch aus. Nö, ist ja erstmal ganz gut. Also so für einen Floraner ist das okay mit dem ganzen Holz. Für einen Floraner. Guck mal. Ach, weißt du was? Ich hab, äh, das hab ich auch vergessen zu sagen. Das letzte Mal. Weißt du, dass unsere Rassen, also ich bin ja eine Halb-Floranerin, aber Floraner und Hü-Hylottels, dass die verfeindet sind. Die mögen sich nicht. Wusstest du das? Tschüss. Echt jetzt? Krass, ne? Okay. Ja. Aber wir sind halt, wir sind gegen... Ja, wir sind gegen das System. Hallo? Ich geh' ich. Wir sind besser. Wir sind... Wir wissen, dass das Unsinn ist. Rassismus und so. Außerdem trage ich Frauengleiter. Genau. Wir sind so oder so. Total tolerant. So, ich geh' ein bisschen pennen. Ich muss eine Runde schlafen, bis ich geheilt bin. Dann können wir runter. Okay. Ich komm' dann gleich zu dir rüber. Okay. Du musst... Du kannst auch so dich rüber beamen, ne? Du musst nicht in den Beamer rein, glaub' ich. Ja, ja. Ich hab's... Ich mein', es ist zwar cooler, weil es sieht cooler aus, so. Ja. Scotty. Ist ordentlicher. Genau. Gut. Ich glaub', ich hab' soweit... Was hab' ich denn jetzt hier noch dabei? Ja. So. Ich glaub', wir brauch' noch einen Ofen. Aber wir müssen, glaub' ich, so eine Hacke bauen. Und dazu brauch' ich Schlamm. Hast du Schlamm? Nee. Aber es war... Es war unten irgendwo Schlamm. Du hast mal... Du hast mal, äh... Das erste Mal, als wir runter sind, hatte... Dein Charakter, da hast du irgendwie mit der Lupe was untersucht. Da hat er gesagt, Überall Schlamm. Überall Schlamm. Stimmt. Also, irgendwo ist da Schlamm. Warte, ich mach' das... Sortier' noch mal ganz kurz hier. Noch ein bisschen... Zu... Unordentlich. Oh, ich hab' Schlamm. Ja. Ich hab' Schlamm und... Dann brauch' ich noch... Kohle. Kohle brauchen wir alle. Ja, das stimmt. Ohne Moos nix los. Ohne Moos nix los. Ach, ich hab' noch Treppen. Naja, egal. Mach' ich jetzt aber nicht. Äh, ich komm' rüber. Moment. Tschüss, Günther. Bis später, Günther. Hallöchen! Ich nenn' ihn jetzt einfach Eugen. Eugen? Der sieht doch so aus wie so'n Eugen. Hallo, Eugen. Gell? Ah, du Süßer. Richtiger Eugen. Ja, ist richtiger Eugen. Ist jetzt schon vorgegangen. Ey, auf deinem Schiff ist so... Oh, ich hab' schon wieder Hunger. Scheiße. Auf deinem Schiff ist so... Also, weißt du, so ein Klappstuhl. Ja, also, du bist doch aufgeräumt, oder? Ja, alles gut. Alles gut. Kein Problem. Boah, wir brauchen unbedingt Futter. Verdammt. Jetzt hast du ihn ja auch noch weggenommen. Was? Jetzt ist es noch unbequemer hier bei dir. Nein, nein, lass mal runtergehen, ne? Ja. Tchuuu. Es regnet. Ja. Guck mal, hier ist Kohle, oder? Ist das nicht Kohle? Das ist Kohle, ja. Das ist auf jeden Fall gut für die Fackeln. Hier sind wir auch das letzte Mal gelandet. Und diese Kassetten da unten, ne? Dieses silberne. Ja. Da sind immer Pixel drin, meistens. Ja. Geld. Wenn wir dann irgendwann auf diesen Inter... Inter... Galacti... Bla... Super-Weltraum-Einkauf... Im Supermarkt. Supermarkt sind, genau. Dann, ähm... Ja. Dann können wir ja da ein paar Sachen kaufen. Dann machen wir mal die Shopping-Tour. Ja, auf jeden Fall. Shopping! Ist ja auch hier Shopping-Alien-Zombie-Girl. Ja, genau. Wie gesagt. Liebe. Alles gut? Ja, ich komm hier. Soll ich das mal ein bisschen wegbauen für dich? Ja. Soll ich dir behilflich sein? Ja, äh... Tja. Was machen wir jetzt? Irgendein kleines Plätzchen finden, oder? Ja, irgendwie. Und dann müssen wir unbedingt essen, ey. Ja. Ey, am Feld. Ach, guck mal, wer ist denn da? Gib mir alles, was du hast. Das ist der Tom. Ne, ist der, äh... Was haben wir denn noch für blöde Namen? Entschuldigung, nein. Heinrich. Ich hab nicht... Die Namen sind natürlich nicht blöd, Entschuldigung. Doch, total. Total. Ich klau dem Heinrich alles. Aber ist der Heinrich, ja, ist okay. Wir können doch einfach hier direkt was aufbauen. Ja, genau. Wir bleiben einfach hier. Wir nehmen sein Haus hier weg und sein ganzes Zeug. Lass es doch stehen. Direkt. Oh. Wenn wir eh was aufbauen wollen. Stimmt. Wobei, ja, müssen wir mal gucken. Eigentlich sollten wir das mitnehmen. Ne, nimm mal mit. Weil... Willst du dieses Lagerfeuer in die Luft bauen? Ja. Ne, nimm das mal mit. Nimm das mal mit. Weißt du, warum? Warum? Weil, wenn wir... Ja, wir müssten... Sollten dann, glaube ich, da ein Lager bauen, wo wir dann auch letztendlich sind. Weil wir gehen ja weiter, ne? Wir gehen ja... Oder gehen wir hier runter? Wollen wir in die Miene? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum wir hier... Waren wir hier oder nicht? Wir waren hier schon, ja. Ich meine schon. Aber ich will hier erstmal so ein kleines... Ahnung, was anpflanzen. Ja. Aber ich hab schon wieder voll Hunger. Vielleicht... Ja, ich auch. Wollen wir erstmal kurz auf dem Planeten gucken, ob wir noch was essen kriegen, oder? Ja. Warte, ich guck mal auf dem Lagerfeuer. Was kann ich denn da machen? Backkartoffeln. Wir haben auf jeden Fall irgendwo Kartoffeln. Scheiße, wir brauchen echt dringend was zu essen. Ach, da muss man echt... Da muss man echt vorsichtig sein, ne? Ja. Hast du auf deinem Schiff noch Dosen? Nee, aber ich kann hier... Ich kann hier Reis machen. Ja, dann mach mal Reis. Ja, Reis ist gut. Ah, hast du Reis? Ja, warte. Ich geh mal ganz kurz auf mein Schiff, ja? Ich komm sofort wieder. Hier, nimm. Ach. Ja. Und du? Es. Und du? Es. Es. Und du? Ich hab noch genug. Hast du so viel Reis? Wo hast du denn den ganzen Reis her? Ich hab keine Ahnung. Hast du bestimmt irgendwo aufgesammelt. Vielleicht hab ich auch welchen nur auf dem Schiff dann. Auf jeden Fall ist der sehr nahhaft. Ja. Ich hab auch gelesen, Reis ist gut, weil das nicht viel Platz im Inventar wegnimmt, solange er nicht gekocht ist. Ja. Und solange der nicht gekocht ist, vergammelt der auch nicht. Das heißt, wenn man halt viel Reis im Inventar hat und ein Lagerfeuer, kann man eigentlich nicht verhungern. Da ist man immer. Cool. Ne? Blaues Blütenblatt. Cool. Das ist schon abgefahren, wie umfangreich das ist, ey. Ja. Dass man da so viel gucken muss, was man macht und so. Das stimmt. Das ist schon abgefahren. Ach, hast du die Werkbank mitgenommen? Ja. Und die Gärtnerwerkbank hab ich auch mitgenommen. Das ist die. Hölzahne Werkbank. Okay. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Hacke, oder? Kupferbahn. Jetzt brauchen wir einen Ofen, dass wir das Zeug schmelzen können, oder? Vermutlich, ja. Okay, wie baue ich eine Hacke? Können wir jetzt, die Hacke können wir ja an der Gärtnerwerkbank machen. Sonst wäre sie ja nicht ausgefüllt. Ja, ja, aber ich brauche, wir brauchen ja diese Kupferbahn. Ja, und Schnur. Die Schnur müssen wir an dem Webstuhl machen, vermutlich. Ach, Vogelscheuche. Webstuhl hab ich auch da. Ja. Ich hab das alles noch gar nicht gebaut. Müsste ich auch mal machen. Mottenfalle. Ach, krass. Süß. Ach, du Scheiße. Jagdspeer, okay. Jagdspeer? Kann man mit dem Jagdspeer tatsächlich wirklich auch Fleisch dann? Ich mach mal einen. Ich weiß es nicht. Okay, ich brauch das Lagerfeuer. Pflanzenfasern. Damit macht man eine Schnur. Ja, das ist ja einfach. Ah, das hast du ja eigentlich genug, hast du genug Blumen gepflückt. Genau. Ja, so, ähm, 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 Lianen, ne, sind das ja, die man, die so runterhängen. Aber ich hab alles oben gelassen auf dem Schiff. Total klug. Ich geh eben auf mein Schiff. Okay. Ich komm sofort wieder. Jawoll. Ich nehm nämlich mal ein paar Pflanzenfasern mit. Ich mach mal die ganzen Eisenbachen und alles. Ich hab ne Klaue. Geschärfte Klaue. Eine messerscharfe Monsterklaue. Kann zur Herstellung verwendet werden. Oh, ich kann die Gießkanne machen. Ja, es regnet ja grad. Ja, stimmt. Baumwollfasern hab ich. Was hab ich noch? Oh, roher Schinken hab ich noch. Roher Schinken? Roher Schinken. Bisschen Schinken, bisschen Bacon. Yum, yum. Geil. Bacon ist geil, ne? Boah, alles mit. Ich kann alles mit Bacon essen. Bacon ist super. Oh ja. So, ich hab, was hab ich? Eisenerz. Leder hab ich. Silbererz. Kupfererz. Was braucht man denn? Kupfererz. Ich hab Kupfer. Ich hab Kupfer. Ich hab Kupfer. Aus keinem Fragment kriegt man Schießpulver. Oh. Ja gut, aber die sollten wir ja erstmal behalten, ne? Ja. Wir wissen ja jetzt noch nicht, was wir damit machen müssen. Wolle Frau im Ernst. Eine Fresse. Das ist echt... Ich muss ja den Ambus machen. Das ist mega umfangreich, ne? Ja. Wie komm ich denn? Muss ich erst zu deinem Schiff und dann zu dir? Hm, weiß ich nicht. Kann sein. Zum Schiff? Eigentlich müsste ich direkt... Ah gut. Ja. Egal. Ich komm einfach so. Irgendwie. Hacke. Wo sind die jetzt hier? Oh, ich hab Geld gefunden. Geld. Und? Ne, Signal. Was ist das? Wollt's mich schon... Ich komm mit der Hacke. Ach, okay. Das ist jetzt Boden und den kann man... Da kann man sehen. Wahrscheinlich, ne? Anscheinend. Ich hoff's. Mhm. Also Glück. Oh, ich hab ihn weggemacht. Na! Entschuldigung. Musst du nochmal machen. Was? Ich hab Samen. Ja, warte. Aber... Fand mal. Wenn's geht. Ich... Tada! Aber nur eine. Aber immerhin. Ich hab... Ich hab auch wieder alles auf dem Schiff. Ey, das ist ne Ratte. Ja. Hau ab. Die will unser... Unser Dings zerstören hier. Echt? Oh. Musik aus. Oh, ich hab sie getötet. Hast du echt getötet? Ja. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Ich dachte, diese kleinen... Lebewesen... Also nur die... Dass man nur die Monster töten kann. Ja, kann sein. Es gibt ja auch ne Mottenfalle, ne? Ja. Ja, mach mal einfach querbeet. Dass wir ein bisschen was haben. Ja, wir bleiben ja eh nicht lang. Ach, und einen Ofen hat der Herr auch gemacht. Kupferbahnen. Ich mach mal Kupfer... Kupferbahnen. Nochmal. Wie viel kann ich denn machen? Oh, ein oder zwei. Boom. Okay. Und Papier kann ich machen. Hm. Wofür mag man das Brot brauchen? Gute Frage. Ich mach mal Papier. Wenn einem langweilig ist, vielleicht ein Buch schreibe? Oder ein Comic? Ja. Ja. Passt doch. Mach ich mir direkt Papier, so. Ah, das hast du wunderschön gemacht. Gell? So. Und jetzt gießen. Aber wir können das auch gießen. Ja, jetzt... Also eben hat es ja geregnet. Aber ich denke mal, jetzt schon. Du hast ne Gießkanne, ne? Ne. Grüne Farbe, rote Farbe braucht man. Echt? Wolfram, Wolfram, Wolfram Bahnen. Da gibt's aber auch die Holzgießkanne. Da braucht man nur Holz und Kupfer Bahnen. Ah. Okay, warte. Holz und Kupfer hab ich auch. Warte. Ich mach mal ein bisschen... Ich mach das mal hier mal ein bisschen kaputt, ne? Ist ja nicht so schlimm. Ja, ja. Ach, guck mal. So ein Querbalken. Hübsch. Das kann ich schön bei mir... Huch. Das hat ja gut her, das... Hä? Den hab ich grad bei dir. Den hab ich grad abgebaut. Oder guck den Gegner. Naja. Ist ja noch was Zeit, bis der hier ist. Der geht doch wieder weg. Der hat Angst. Nein, tüte mich nicht. Nein, tüte mich nicht. Doch. So. Und jetzt müsste ich eigentlich ne Gießkanne machen. Ach ne, ich hab immer noch nicht genug Holz. Okay, ich muss noch weiter Holz abbauen. Aber ich hab noch was gemacht. Guck mal, ich habe noch... Ich mach mal ein bisschen Licht hier rein. Was ist das denn? Was ist das? Eine Holzwerkbank. Ah. Und was kann man da so Feines machen? Türen, Betten, äh, Lampen, Stühle, Kisten. Oh. Betten sind gut. Mal ein richtiges Bett. Das stimmt. Immer dieser harte Boden hier. Ja. Ich mach einfach mal kurz den Hintergrund kaputt, ja? Können da ja gleich wieder... Falls uns das nicht gefällt, wieder Erde hinmachen. Das ist ja jetzt erstmal nur provisorisch hier alles, ne? Würde ich sagen. Ja, ja. So, Holzgießkanne. Herstellen. Okay. Okay. Ah, guck mal. Ich gieß das hier. Guck. Hier, geil. Wachs, 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 wachs. Ja. Ich fischer Hunger. Gibt viele Gärtner, die mit ihren Pflanzen sprechen, damit die schneller wachsen. Genau, genau. Oh, du bist ein schönes Blümchen. Du wächst jetzt. Wachs, wachs. Das war sogar die richtige... Ach, du hast den Hintergrund zugemacht, das ist gut. Ist aber. Ja, bis wir das Loch hier. Das bisschen... Ich weiß auch nicht, ob da, ähm, sonst dann Regen reinkommt. Das wäre ja schade. So. Aber ich bin fisch, ich brauche... Du brauchst Wasser. Also, ich kann Gewebe und Schnur machen. Ich mach mal Schnur. Das dauert aber lang hier, oder? Und Gewebe mach ich jetzt auch mal. Ja, das dauert echt lang. Aber Gott sei Dank hast du ja genug Reis gemacht erst mal. Ach so. Ja, ich hab noch... Ich hab nix mehr. Oh, ich hab die... Ich hab die Kupferbahn jetzt verbraucht. Scheiße, jetzt kann ich keine Hacke mehr machen. Aber du hast ja ne Hacke. Ja, warte, ich hab noch ein bisschen, warte. Ich glaube, ich kann, ähm... Machen wir, dann muss ich hier einschmelzen. Ah, nein, mir fehlt eins. Ich hab ein Kupfererz. Ich dance so lange ein bisschen. Ist ja nicht schlimm, mein Gott. Heinrich, verschwind. Heinrich, geh ab. Das ist jetzt hier, wir haben das besetzt. Das ist jetzt unser... Das ist in der Haus übernommen. Genau. Geh bloß weg, du. Ach, das könnte ja schon fast hübsch sein. Haben wir irgendwie... Laternen haben wir alles oben, ne? Ich kann dir Silberbarren, Eisenbarren geben und Goldbarren. Aber Kupfer hab ich doch nicht. Hm. Der Ofen ist aber da... Kann man da auch Essen drin machen? Ne. Ne, okay. Dann mach... Kannst du nur Sachen schmelzen und... Glas und so herstellen. Dann, äh... Medizinische Spritze. Dann hau ich uns hier mal noch ein Lagerfeuer hin, oder? Das könnte man ja schon mal... Stimpaks. Ah, okay. Das kennt man ja. Ja. So. Ich baue das mal kurz ein bisschen aus. Und dann können wir hier auch... noch ein Zelt hinhauen. Und dann... Weil dieses... Dieses, äh... Wie heißen? Diese Fragmente, ne? Diese Kernfragmente. Ja. Die sind ja bestimmt auch... Weiter innen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier nochmal in die Mine. Oh, oh, Gegner, Gegner. Oh, oh, oh. Oh. Tot. Richtig war im Inventar. Ja. Ich muss auch noch gucken. Mit den Kurzwahlen, das hab ich noch nicht so... Ja.